Ahoi, liebe Piraten und Ihnen! Willkommen zu einer nächsten Folge von Anno 1801. Das letzte Mal haben wir diese Tole. Tole? Ne, was heißt 1801? Das ist Anno 1800. Anno 1800. Das letzte Mal haben wir diese Tole. Insel eingenommen von bösen Alonso, dem Garstigen, der uns schon so oft auf den Sack gegangen ist. Ja, hier sind wir in der Hauptstadt, in Wien, und ich sehe gerade, wir haben zu wenig Farmer. Dann stellen wir uns doch gleich einmal die Frage, wieso, ne? Was ist da los? Was ist los bei euch? Dürfte alles passen von der Grundversorgung her. Warte, da gibt es einen Auftrag. Den nehmen wir gerade einmal an. Ja, checken wir trotzdem mal die Grundversorgung. Was brauchen die Freunde? Die brauchen Schnaps, den Harms. Und Kleidung haben sie auch. Also okay, das dürfte wirklich alles ganz gut passen. Na, dann müssen wir ein paar mehr Häuser bauen. Dann liegt es daran. Dann bauen wir ein paar Häuschen. Das Ganze machen wir mit Steinstraßen. Wupp, wupp, wupp. Wupp, 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 wupp. Zack, wupp, wupp, wupp. Und dann hat die Geschichte ein Gesicht. Wie man so schön sagt bei uns in Wien. So, zack, zack. Gut, jetzt warten wir, bis wir mehr Farmer haben. Das sollte dann passen. Ja, und dann würde ich sagen, schau mal, wo unsere ganzen Schiffe rumgurken. Wir haben ja ein paar verloren jetzt durch den Kampf. Die lassen wir da stehen, die zwei. Ah ja, dann habe ich welche zurückgeschickt zum Reparieren. Sind unterwegs. Glaub ich, wenn ich mich recht erinnere. Oder zumindest sind es die Schiffe, die die Kriegsbeute aufgenommen haben. Okay, das ist einfach mal sowas von voll alles, alles klar. Dann bauen wir easy peasy ein paar Depots hin. Oder zumindest zwei Depots dazu. Und was können wir... Ah, aus Hochhöfen können wir Stahlwerke, können wir diese Stahlträger machen. Da wären wir aber lieber, wenn wir einfach mehr Kanonen noch bauen. Wir haben zum Beispiel vier Kanonengieße rein. Aber ich mache jetzt eine fünfte dazu. Ba-bäm. Das kann nicht erfolgreich sein, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Die ganze Welt versinkt in Schmutz. Ah, jetzt ist es auf einmal lieb. Jetzt freut es sich. Neue Befehle? Aber nicht mit mir. Die kriegt auch noch... Da gibt es auch noch böse Rache. Baaneschiff ist vollendet. Das ist gut so. Die Waffenruhe wurde beendet. Brauchen wir gleich noch mehr. Ja, wir haben jetzt so wenig Kanonen. Also ja, das ist echt gut, wenn wir da mehr auf Kanonen gehen. Passt. Wie schauen wir drüben aus eigentlich? In der neuen Welt. Was? Moment. 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 Wer wird beschossen? Warum? Werde ich? Ah, das ist das Schiff, das auf Route ist. Schaut mir doch glatt. Hoppala. Unser Schiff da lang. Und vernichten den Sack. Ja, der Alonso. Der hat da unten noch seine Insel. Mit seinen sieben Geschützen. Den werden wir auch noch. Der kommt auch noch in unsere Gasse. Den werden wir auch noch schön vernichten. Dann kriegen wir den noch zusammen. Ja, dann kriegen wir noch down. Das Schiff darf wieder starten. Das Schiff darf... Ne, ich darf lieber nicht da lang fahren, weil... Deswegen werden wir unnötig beschossen und dann stirbt uns das Schiff vielleicht. Das muss alles nicht sein. Okay, äh ja. Plan weiterhin Schiffe bauen, eh ganz klar. Weiterhin alle Gegner vernichten auf der Karte. Und dann ist Sieg. So, was ist da jetzt mit den Arbitern? Wurst, zu wenig Wurst, okay. Warum war das Schiff noch rot? Aha, okay. Das ist hier im Kampf. Das ist in Wartung. Oh. Genau, da hab ich ja Kanonen hingeliefert. Kannst du vergessen. Ich möchte hier ehrlich die Kanonentür mitbauen. Schön, schön. Dann haben wir das auch erledigt. Dann wollen wir nicht um Paprikahausen weniger Sorgen machen. Da wäre eigentlich noch ein Depot auch ganz cool. Weil desto mehr Depots, desto länger dauert es für den Gegner eine Insel einzunehmen. Deswegen machen wir da einfach mal zwei Depots hin. Und... Das passt. Ja, ne. Du, du. Fahr einfach weiter. Scheiß auf das Schiff. Darauf geschissen. Mach dir eine Hopfenrunde. Und alles ist gut. So, da haben wir ein Schiff. Ja, jetzt hab ich noch zu viele... Also, ich hab quasi keinen Platz für die ganzen Stalldreher. Für die ganzen Stallbahnen. Da muss ich halt ein bisschen warten, bis die verbraucht werden. Was ist mit den Arbitern? Jetzt müssen wir mit der Wurst. Jetzt kümmern wir uns mal um die Wurst. Jetzt wieder einmal wieder Zeit. Jetzt ein paar Schweinchen. So. Daher. Mit Silo. 1, 2, 3, 4 und 5. Die Straße muss ich verlängern. Moment. Das Gebäude muss ich mir kurz anschauen. Oh! Es ist ja gerade rechtzeitig fertig geworden, oder? Gott sei Dank. So können wir uns nämlich jetzt gut wehren. Gegen diese 5 Schiffe. Geil. Oh, ey, genau. Genau zum richtigen Zeitpunkt fertig worden, die Türme. So, ein Schiff haben wir vernichtet. Da sammeln wir einen Dreck auf von denen. Nach Wien können sie gerne fahren. Da haben sie eh null Chains. Da hab ich ganz gut Befestigung. Und noch ein paar Schiffe stehen. Da kann nichts sein. Was ist das? Brandgefahr minus 40 Prozent. Uninteressant. Das wär aber cool, wenn's mir mein Faro-Schiff da in Ruhe lässt. Das möchte ich jetzt nicht, dass das eingeht. Ja. Ui. Da brauchen wir folgendes. Das eine Schiff schickt man nach Hause. Das Schiff darf weiterfahren. Der Clipper. Ich weiß gar nicht, was du da machst. Der darf jetzt mal nach Hause fahren. Und die Schiffe greifen an, oder? Jetzt geht es bis dahin. Ja, du bleibst unbedingt da zu Hause. Ist ja voll am Arsch. Kann ich da ein Reparaturkran bohren? Das wäre Spitze! Reparaturkran! wo bist du da oder ja repkan jubolo wenn man repkan gebaut dann können wir das dauer bis sie und dann sieht man da sind fortschritt unten rechts und dann wird unser schiff da repariert das ist gut so ob ich gerade den auftrag aufgenommen angenommen aufgemacht oder ein schiff davon ist fast da und da kommt es gerade uns entgegen schauen wir mal um das hinbekommen dass man also dass die augusta das ist die pirate in diesem wurscht der ist aktuell nicht im krieg aber in jedem jeder schiff mit was ich vernichten kann von gegner sind wir doch mit ihrem krieg ja aktuell ja also dann ist er nicht dankbar ausgelaufen dann mache ich das eine schiff da und dann gehe ich auf die und mache wieder waffenstillstand wieder da kommen auf das schiff dann schneller treibgut aufsammeln machten sie damit ja bin ich doch im krieg oder wenn ich zeigen dass sie da einfach anfährt ganz entspannt kurz jetzt diplomatie die eure verträge waffenstillstand erbieten jetzt lecks gerade beziehungsweise es kommt gar keine meldung so 7000 ich sie zahle ich locker 7000 wir sind wieder die einwohner des hauses außerhalb gegen das war da gerade ich glaube das ist ein krank oder so jetzt kommt natürlich wieder mal alles zusammen ich habe zu wenig farmer ich habe zu wenig arbeiter die leute sind krank ich bin hier im krieg mit mit schiffen also das spiel versteht schon einen unter druck zu setzen aber da muss man entspannt bleiben also ihr könnt jetzt natürlich da jetzt mal wo war das ich gehe auf warnungen hier ist irgendwo wer krank ich glaube wir haben kein einziges krankenhaus noch gemacht hospital haben wir null auf dieser insel genau dann setze ich hier ein hospital hin trifft sogar fast alles in range haben bis auf das hier oben deswegen auch hier auch noch einsehen dann haben wir zwei spitäler die muss steinstraßen wird schneller hinkommen also alles ganz entspannt es wird noch dauern bis die jetzten am start sind du darfst nach hause fahren er dann haben es wirklich ein bisschen du holst zu den ganzen dreck und du begleitest den freund nichts passiert cool alles im griff so die farmer sind noch immer zu wenig das verstehe ich jetzt aber nicht aber gut dann machen wir diesen jetzt mit der schule geschossen habe ich doch gerade einen schuss gehört was machst du da eigentlich so auf k kannst du auch entgegen fahren okay das ist mein roten schiff mit der baumwolle ja ich sollte mal die belzmäntel auch anfangen obwohl das ist jetzt die erste lieferung ja also als cool kein stress aber wir wollten ja genau schneiderei machen dafür muss ich aber schauen ob wir schon diese fälle haben ich bin mir jetzt nicht sicher ob ich da schon eine route angerichtet habe habe ich nicht ok ok kein problem war das dort ja vielleicht wissen paprika hausen laden ja das war dort laden entladen annehmen und auch das ist erledigt wo ich dann ruf zeigen angehalten stimmt da habe ich vorhin das schiff glaube ich angehalten ja man darf play du begleitest sich jetzt aber weil er doch gerade action ist uns auf hoher see das ist ja nicht schief geht so ok ab nach hause reparieren ja das voll scheiße und wie du und du heim zum abliefern ok cool läuft doch mal schauen was wir da noch bekommen und da an überraschungen und jetzt kümmere ich mich endlich um die wurscht da muss ich noch was machen ich habe nur die schweinchen vorhin hingestellt aber ich habe keine fleischerei gemacht also keine metzgerei und ohne der geht gar nichts wie viel schweine haben wir im plus zwar drei adres da machen wir keine fleischerei das ganze passt das tun wir hochläbeln damit wir mehr kann haben kudio eglesia so take this take it take it take it take it take it er nimmt es nicht jetzt paprika und ein buchbuch fürs rathaus ok cool irgendwas mit zufriedenheit minus drei zufriedenheit plus 30 prozent arbeitskräfte minus drei zufriedenheit finde ich weniger cool in wien mangelt es an arbeitskraft ja für sie gerade aktuell wird es schon gut helfen das minus 30 prozent arbeitskraft weil dann wird das ganze gerade so besser laufen was man auch sagen muss ist dass die leute krank sind und dadurch gibt es natürlich weniger leute die jetzt arbeiten können auch ziehen und deshalb haben wir jetzt auch weniger arbeitskräfte beziehungsweise sind uns da wohl welche gestorben die armen sie müssen erst wieder mal ja manche müssen halt erst mal wieder genesen aber das tür vertreten eh gerade geschehen ich mobilisiere noch ein paar ärzte mehr und da sollte man die geschichte gleich im griff haben was kann der freund handelskammer jagdglück auch jetzt nicht so besonders im aktuellen stand kann man schon brauchen wenn man eine kleine insel hat mit wenig als so jagdglück das ist für die expeditionen vor allem gut und eine was was war das gerade eben wo ist denn das doch sie konnte es nicht besiegen alter wann hat man die das da auch nicht geschossen die kastige ja keine ahnung insel wird es mir wohl jetzt kaum irgendwo besiegt haben ja und da müssen wir jetzt glaube ich warten bis ich das wieder reparieren kann weiß ich gar nicht klicken sie um zu renovieren ja kann ich nicht das ist es mir zuerst weil wir die steine fehlen oder wir haben wir für steine tatsächlich okay jetzt sollte man diesen darauf achten dass ich mehr steine habe ja wahnsinn kann ich da noch steine abbauen hier zwei leben verkommen habe ich in use nehmen er geht nicht Okay, man geht hier nicht, aber auf anderen Inseln vielleicht. Weil ich da halt wieder Arbeitskräfte brauchen würde. Ja, aber hier wird zum Beispiel... habe ich... Ah, das habe ich auch schon in den Jus, aber das Zweite nicht. Okay. Ja gut, da habe ich aber auch 167 Steine. Da könnte ich vielleicht mal was rüberbringen. Macht Sinn. Dann nehme ich die Buchse Hude. Fahre da rüber. Und liefere ein paar Steine um. Easy Snack. So stelle ich mir das vor gerade. So, Krankheit dürfte besiegt sein. Ich sehe zumindest nichts mehr. Das heißt, jetzt müsst ihr dann gleich hochgehen da. Ach, was ich gerade sehe. Wir haben zu wenig Fische. Also werde ich da mal was tun, obwohl wir haben schon jede Menge von diesen Fischereien. Aber offenbar noch nicht genug. Okay. Dann bauen wir das da halt so. Dann sollten wir deswegen ein Fisch auch weniger rummotzen. Dann bauen wir noch so ein Lagerhaus. Ähm... Ja, das kommt einfach da her. Hafen kann ich nur nicht reparieren, weil auch immer die Steine fehlen. Habe ich gerade ein Schiff hingeschickt nach Paprikahausen. Dann nehmen wir gleich das, wenn es schon da ist. Und dann... Um es damit auf die Hauptinsel. So, was ich jetzt noch machen wäre, oder was geplant ist, ist eine Segelschiffswerft eine weitere. Das heißt, dass wir drei haben. Was ich noch braucht, sind die Steine. Die sind da hinten. Die 150 Stück. Die werde ich da in Wien gleich abliefern. Damit nicht das große herumgerauen, wie es losgeht. Das zu wenig Arbeitskräfte haben. Das wollen wir vermeiden. Oh ja, ich sollte wegen den Steinen aufpassen. So, apropos Stein. Ist es schon da? Ne. Da kommen die ersten Tierfälle auch. Die brauchen wir ja für die Pelzmäntel. Habe ich jetzt schon so eine Pelzmantel... So eine Schneiderei. Ne, die habe ich noch nicht. Die muss natürlich auch noch hingestellt werden. Wo bauen wir es hin? Eigentlich ist es wurscht. Ich knallse dorthin. Dazu brauchen wir wahrscheinlich auch Steine. Genau, da... Glas haben wir. Dazu brauchen wir auch Steine. Okay, sehr kurz. Da kommen sie die ach so wichtigen Steine. Endlich. Nachdem wir da auf der Hauptinsel halt nur zwei Ressourcen haben und leben. Das ist halt ein bisschen wenig, ne? Ist es umso schwerer, die Steine stabil zu halten. Aber ja, dafür haben wir die zweite Insel. Die uns da ganz, ganz gut weiterhelfen kann. Achtung! Geben Ihnen. Jawoll! Jetzt geht's los. Erstens, die Reparatur. Zweitens, die Segelschiffwerft. Das Depot. So. 97 Steine haben wir noch. Die Schneiderei. Gebildet. Und wir werden angegriffen. Wieder einmal. Neue Zeile. Neue Zeile? Haben wir da noch irgendwas drin? Haben wir nix drin in den Schiffen? Okay, cool. Achso, das Paprikahausen für die Tiefen. Okay. Das ist in Wien. Da habe ich nur die Technosbeer rumstehen. Und Schiffe werden gebaut. Da muss ich auch noch jetzt auf Play drücken. Bei dem. Und das geht es ja nicht aus, wenn wir zu wenig Kanonen haben. Aber die sind ja in der Mache, die Dinger. Ja, ich könnte. Ich werde die Produktion der Kanonengießereien in die Höhe setzen. Das ist falsch. Äh, wo sind meine Arbeiter? Was ist da los? Also, keine Chance. Ähm, Anteile beanspruchen? Ne, wir erobern's gleich. Dass sich da keiner niedersiedeln kann. Da bin ich richtig. So, da kann ich mir bei den Kanonen auch auf plus 50% Produktivität geben. Und dann geht's da hin. Boah, das Schiff ist jetzt so ein bisschen lediert. So, ab zum Auftrag. Okay. Was ist mit den Arbitern? Hä? Ich bauch da irgendwas. Ne, ist klar. Ah, dass dann auch immer mehr Arbeiter gebraucht werden. Ja, gut. Dann fahren wir nach Basteln. Und die Farmer hochleveln. Bleibt uns nichts anderes über. Wir haben 74 im Plus. Das ist eh okay. Zack. Zack. Jetzt warten wir ein bisschen ab. Und dann werden wir wieder ein paar hochlevelt. Die sind schon wieder krank. Warum? So dann bloß. Hört's auf krank zu werden. Jetzt wahrscheinlich das Krankenhaus. Dann werde ich dann, wenn die alle wieder gesund sind, zentraler machen. Also hier, wo ich gerade mit der Maus bin. Oder hier. Wurscht eigentlich. Hauptsache immer der zentraler. Genauso wie das andere Krankenhaus. Das setze ich dann auch irgendwo daher oder was. Mal schauen. Sehen wir dann, wenn sie wieder gesund sind, die Leute. Es wird jetzt wieder ein bisschen dauern. Wir produzieren dabei fleißig Schiffe. Also ich habe, glaube ich, fünf Schiffe gerade in der Mache. Einmal eins ist hier. Eins ist hier. Und zwei weitere unten. Sind wir also bei vier. Und dann werden wir dann langsam aber sicher den Angriff auf diese Insel. Also auf Gravestone von Malonzo einmal vorbereiten. Vier, fünf, sechs, sieben. Es sind auch immer sieben Geschützstürme. Das ist relativ heftig. Werden wir dann eh sehen, wie viel wir verlieren. Ich kriege das mit den Arbeiter noch nicht in den Griff. Aber ich bin dabei. Man sieht es gerade oben. Ich habe ein relatives Plus bei den Farmern. Aber schaut bei den Arbeitern jetzt noch nicht so gut aus. Und wir beginnen den Geleitschutz. Genau. Der ist hier. Zack. Okay. Oje, jetzt haben wir zu wenig Brot. Okay, alles klar. Das heißt, wir müssen schauen. Haben wir Getreide, haben wir Mehl. Was will er da? Das müssen wir mal schauen. Mehl haben wir. Wir haben auch Getreide. Okay, das heißt, du musst wenig Bäcker rein. Logischerweise. Also knallen wir da noch eine hin. So. Okay. Währenddessen habe ich gerade, versammle ich gerade alle Schiffe, die ich habe, hier in der Gegend. Also von allen Inseln kommen gerade meine Schiffe daher. Und dann sollten bald einmal auch die Schiffe fertig sein, die ich gerade baue. Das dauert noch, das dauert noch, naja, doch acht Minuten. Okay, relativ lang. Wow. Neun Minuten. Also so in grob zehn Minuten für mich werde ich dann den Alonso da unten angreifen. Sofern ich sagen kann, okay, ich habe genug von den Schiffen, das muss ich sonst, das schaue ich dann, wenn es soweit ist. Also gucken wir mal, bis dahin werde ich da jetzt einfach mal irgendwelche Aufträge machen und ja, dann schauen wir später weiter. Was, was willst denn die eigentlich? Ah, segeln sie hier hin. Aha, okay. Die Belohnung abholen. Alles klar. Das war die Begleitquest, glaube ich. Und was bekomme ich? Ja, okay Gott. Ja, so, Getreide und Mehl geht jetzt doch ein bisschen runter. Oh, da ist es gerade ein Schiff fertig geworden. Eppi, eh. Also werde ich jetzt getreidemäßig was machen, damit es nur nicht ausgeht. Ich werde zweimal Getreide bauen und einmal Mühle. Wobei ich jetzt nicht ganz weiß, wo setze ich die Mühle hin? Nom, 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 nom. Ja, Moment, das machen wir so. Zack. Das drehen wir. Komm, dreh dich. Dann baue ich das. Nehme ich genau hier hin und baue da eine Straße hin. Zack. Juppidu. So, was ist mit der Farm? Was ist los mit euch? Achso, weil ich die... Ja, gut. Weil ich die Getreidefelder gemacht habe. Alter, ist ja auch einsehen. Wo sollen die ganzen Leute hinsetzen? Jetzt wird es langsam ein bisschen knapp. Brauchen wir alle eine Hütte. So, kurzer Zwischenstand. Wie schaut es aus? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Schiffe. Moment, jetzt habe ich mich sicher verzählt. Ah, für ein neues. Ah, da kommt ja noch eins. Also, das ist eine Lieferung drum, okay. Zwo, vier, sechs, acht, zehn. Zwölf Schiffe haben wir. Ich möchte zumindest 14 Schiffe haben für den Angriff. Weil das Doppelte an Kanonen, ich glaube, das ist so Pi mal Daumen eine ganz gute Rechnung, die man anstellen kann. Vermutlich sind das dann auch immer zu wenig, vor allem, weil wir keine Spezial-Items haben. Ich habe da nur zwei Special-Items. Die kriegt man ja normalerweise vor allem dann, wenn man auch mit den Piraten die ganze Zeit im Kampf ist. Aber ich will mir halt den Stress nicht antun, mich auch nur noch die ganze Zeit darum zu kümmern, dass mich der Pirat nicht abfuckt. Deswegen habe ich da entschieden, dass wir das so machen. Ja, es schaut aber gut aus. Also, zwei Schiffe fehlen noch. Dann machen wir den großen Angriff auf die Insel unten, südlich von uns. Wir haben hier noch, was, wo steht das wieder? Zwei Minuten. Und da haben wir noch weitere fünf, also fünf Minuten müssen wir noch warten. Für euch nicht, weil ich schneide das zusammen. Und dann greifen wir den Heinz-Itter unten an und nehmen ihn dann quasi seine Hauptinsel weg. Also, das ist ziemlich sicher seine Hauptinsel. Oder zumindest eine seiner Hauptinsel, nenne ich es einmal, wenn er das ein bisschen verteilt. Ja, bei uns schaut es gut aus. Ansonsten Farmer genug, Arbeiter genug. Sie haben alles. Ja, super happy alle. Was ein bisschen knapp geworden ist, war Getreide, beziehungsweise wird auch, ja, okay, Brot geht gerade hoch, Getreide geht runter, Mehl gleichbleibend. Also, ich lasse das mal so. Ich habe da ein bisschen was noch dazu gebaut. Jetzt noch zwei weitere Getreidefelder und eine weitere Mühle. Ich beobachte das einfach einmal, wie es da weitergeht. Ich glaube, es sollte im Endeffekt ganz gut passen. Man kann das, glaube ich, auch checken, indem man Steuerung Q macht. Das sollte man dann auch sehen, ob das ausreichend ist oder nicht. Nachfrage ist blau und grün ist das, was wir haben. Also, wir haben eigentlich mehr, außer bei den Getreidefeldern, okay. Wir haben eigentlich mehr, als was wir Nachfrage haben. Bei den Getreidefeldern, okay, dann schmeiße ich von mir aus noch ein Getreidefeld dazu. Das mit der Kohle ist mir schon aufgefallen, dass das weniger wird. Da könnte ich ja so ein Steinkohle vorkommen, einfach einmal anzapfen. Das mache ich, glaube ich, auch jetzt einfach. Mine bauen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn wir den Alonso da unten angreifen. So, wir haben jetzt genau 14 Schiffe. Der Wind steht gerade ganz günstig zum Abbauern, deswegen greife ich jetzt auch an, ansonsten hätte ich jetzt noch ein bisschen gewartet, bis noch weitere Schiffe produziert sind. Aber, ich glaube, mit 14 Schiffe soll es jetzt ganz gut klappen, die Geschichte. Das heißt, ab zum Alonso, zu dem Sack, dass wir da endlich einmal, sagen wir mit dem oberen Geschütz an, dass wir endlich einmal auch safe durchfahren können und so, dass ich nicht so umständlich um die Insel herumschippern muss. Und vor allem können wir die Insel da noch einnehmen. Dann haben wir eine weitere, die nicht mehr besiedelt werden kann von Gegnern. Das hat im Vorbeifahren ein Schiff mitgenommen. Ja, jetzt werden wir schauen, dass wir eben einen Geschützturm nach dem anderen nochmal ausschalten. Ich werde schauen, dass ich die beschädigten Schiffe dann rechtzeitig zurückschicke. Mal schauen, ob uns das gelingt. Das ist natürlich immer so eine Sache. Wenn da sieben Kanonen auf ein Schiff gehen, dann geht das und noch der Kontur. Dann geht das relativ fix, dass ein Schiff von uns down ist. Ja, Angriff hat gestartet. Schaut beeindruckend daraus, will ich behaupten. Ein Schiff ist schon ein bisschen beschädigt. Das wird ganz gut beschädigt. Das schickt mir jetzt schon zurück. Und das Außen möchte ich auch jetzt schon zurückschicken. Nur als Sicherheitshaber. Ich möchte, wenn es geht, nicht unbedingt ein Schiff verlieren. Na gut, das wird sterben. Was kann der? Ich habe ihn einfach mal aktiviert, den Heinze. Aktive Heilung. Ja, okay, aber... Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Vielleicht geht es jetzt irgendwie aus. Ihr dürft es aber näher ranfahren. Geht den Reparaturkran zu stören. Go, 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 go. Ah, das wird eng. Das wird eng. Bitte lass, zerstief in Ruhe. Das ist doch so lieb und tut nichts. Noch lebt es. Und ich glaube, es ist nicht Autofranged. Oh, da war das knapp. Gut, den Captain sammle ich ein. Das ist, glaube ich, ganz cool mit seiner aktiven Heilung. Ja, wenn wir eins installieren, ist auch okay. Also, das schaut ganz gut aus, muss ich sagen. Du geheim, schnell. Bist im Fokus. Und ihr funktionierter anderen nicht so schießen könntest. Komm, vor allem bitte, schneller. Ranfahren, ranfahren. Du... Ja, kannst auch, ja. Na, das geht auch rein jetzt. Wir sind einfach... Wir sind zu langsam. Wir sind zu langsam in Heimfahren. Aber macht nichts. Zwei Schiffe für die Tangen ist auch noch okay. So, schießen wir da mal ordentlich rein. Babamowitsch. Zack. Explosion. Du darfst Heimfahren. Das war's schon. Okay, ich hab nicht geschaut, wie weit der Fortschritt schon ist. Geil. Insel oberen, Kurt Jones. Danke für die Mitarbeit. Gut Job. Gut Job. Ab nach Hause wieder. Cool. Na gut. Dann haben wir, dann beendet man diese Folge, genauso wie die letzte, nämlich mit der Eroberung von einer Insel, von guten Alonso. Ja, die sind natürlich jetzt alle böse auf uns. Da sind wir gerade im Minas mit der Farmer, weil es irgendwo gebrannt hat oder noch immer brennt. Ne, mittlerweile brennt es nicht mehr. Da werden wir gleich wieder ins Plus gehen. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei ANU 1800. Tschüss. 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 Tschüss.